hier ist hier nicht da ja wer gewinnt ja 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 du bist ein richtiger terrier nur wenn er bock hat das ist morgens so ein bisschen und abends und zwischendurch jetzt kommt er jetzt kommt er aber sie belieben uns trotzdem ja trotz terrier und du siehst beschützer aufpassen bildes tier geschichte ja